Hast du denn eigentlich ein für dich großes Ziel, auf das du wirklich hinsteuerst, wo du sagst, hey, das will ich erreichen, nicht komme, was wolle, aber das muss sein? Hallo und schön, dass du wieder dabei bist. Vielleicht hast du es mitbekommen, wir hatten ein großes Event, für das wir uns sehr, sehr lange vorbereitet haben und vor allem, was in dieser Form wirklich auch einmalig war. Und zwar am 2.7. um 15 Uhr haben wir unseren Selbstdisziplin-Code vorgestellt. Es ging darum, dass wir mal der Frage auf den Grund gegangen sind, hey, warum sind manche Menschen irgendwie erfolgreicher, warum kriegen die mehr im Leben umgesetzt und andere nicht? Wir haben das bei unseren Unternehmern überprüft und haben geschaut, hey, was sind die Leute, bei denen es besonders gut und reibungslos läuft und was sind die Leute, wo es nicht so gut läuft? Und immer wieder haben wir dort uns die Frage gestellt, hey, woran liegt es, was sind die Prinzipien, was sind die Strukturen? Und die Essenz daraus und aus über 1.500 Beratungen, die haben wir dann wirklich mal nebeneinander gelegt. Und was daraus entstanden ist, das ist unser Selbstdisziplin-Code. Denn das, was wir festgestellt haben, je selbstdisziplinierter ein Mensch ist, desto mehr Freiheit hat er und desto leichter fällt es ihm auch in anderen Lebensbereichen entsprechend glücklich zu sein und dort seine Erfüllung zu finden. Das heißt, in einem Bereich selbstdisziplinierter zu sein, ist zwar gut, heißt aber, dass du noch im Anfängerlevel bist. Es geht wirklich darum, die Selbstdisziplin auf alle Lebensbereiche entsprechend zu übertragen. Genau die Prinzipien, die Strukturen, die sind wir am 2.7. mit wirklich sehr, sehr vielen Teilnehmern gemeinsam durchgegangen und haben mit ihnen geprüft, hey, was sind eigentlich so die alten Strukturen? Was sind die neuen Strukturen? Und ich möchte jetzt einfach so ein paar Erfahrungsberichte teilen, auch aus den Feedbacks der Leute, die im Workshop drin waren, was dort ganz konkret passiert ist und vor allem, was die nächste Stufe war, um entsprechend die eigenen Ziele zu erreichen. Die erste Sache, die wahnsinnig spannend war und das haben wir auch vorwege schon viel gefühlt, aber es war nochmal viel intensiver, die Feedbacks auch von den Teilnehmern zu bekommen und zwar, was ist eigentlich die Definition von Erfolg? Und vielleicht spürst du da einmal ganz kurz für dich rein und überlegst, hm, was ist eigentlich Erfolg? Was ist Erfolg für dich ganz persönlich? Was ist Erfolg für mich? Und vielleicht hast du da jetzt so ein Bauchgefühl, so eine Grundidee, aber sag doch mal, was ist Erfolg? Ich kann es aber sagen, was für mich persönlich Erfolg ist, meine Definition, Raikane, ja, Erfolg ist für mich eine Ableitung aus, es ist erfolgt, das heißt Vergangenheit, ein abgeschlossenes Ergebnis, auf das ich zurückblicke und wo ich entsprechend selber stolz drauf sein kann. Das ist für mich persönlich Erfolg und je mehr ich von diesen Ergebnissen für mich produziert habe, desto erfolgreicher fühle ich mich. Und was das Interessante ist, es gibt keine einheitliche Definition von Erfolg, klar kannst du im Duden jetzt irgendwas nehmen, aber jeder sollte Definition für Erfolg für sich einmal festhalten. Und jetzt kommen wir nämlich auch zu der ersten großen Erkenntnis, die wir in dem Workshop gesammelt haben. Ganz, ganz häufig nutzen wir fremde Definitionen, um uns selbst zu definieren, was Erfolg ist. Das bedeutet, andere Menschen, die Gesellschaft, unsere Umgebung, unser Umfeld sagt uns, was Erfolg bedeutet. Was im Umkehrschluss heißt, ich kann nur erfolgreich sein, wenn ich in den Augen Fremder bestehe. Und vielleicht merkst du jetzt auch schon, wo da so ein bisschen die Krux ist, denn dein Umfeld verändert sich. Und wenn es keine einheitliche und harte Definition gibt, du musst mindestens so und so viel auf dem Konto haben und mindestens das und das und das und das. Es gibt ja keine einheitlichen Kriterien. Wie sollst du dann wirklich erfolgreich sein? Und deswegen ist es aus meiner Sicht essentiell, dass du deine eigene Definition von Erfolg niederschreibst, sie für dich festhältst und vor allem auch deine persönlichen Kriterien daran knüpfst. Ich persönlich mache das gerne mit dem Modell der vier Lebensbereiche, dass wir sagen, okay, Beruf, Beziehung, Gesundheit, Inspiration, was ist dort im Einzelnen drin, was muss dort enthalten sein, was muss erfolgt sein, damit ich für mich persönlich sage, jo, dann bin ich happy, jetzt fühle ich mich erfolgreich. Wenn man das einmal so klar für sich differenziert, dann kriegt man auch einfach eine andere Haltung gegenüber fremden Einflüssen. Und natürlich ist man immer wieder hingerissen, dass man sagt, naja, ich brauche aber diesen Sportwagen, um erfolgreich zu sein, ich brauche diese Uhr, ich brauche diese Kleidung, ich muss zu dieser Gruppe dazugehören. Immer wieder lässt man sich von außen treiben und triggern und sagen, hey, ich brauche das und dann bin ich erfolgreich. Aber auf der anderen Seite sich mal die Frage zu stellen, naja, was habe ich denn schon alles und was zeichnet mich als Person aus? Und bin ich nicht vielleicht genau deswegen erfolgreich? Das mal gegenüber zu stellen, ist aus meiner Sicht der eigentliche Schritt zum Erfolg. Weil nur dadurch schaffst du es, auch wirklich irgendwo anzukommen. Weil deine eigenen Ziele zu erreichen, deine eigenen Strukturen zu etablieren, das kannst du. Die von Fremden zu adaptieren, halte ich für schwierig. Eine weitere Sache, die wir im Workshop festgestellt haben, war das ganze Thema Zielsetzung. Hast du denn eigentlich ein für dich großes Ziel, auf das du wirklich hinsteuerst, wo du sagst, hey, das will ich erreichen, nicht komme, was wolle, aber das muss sein. Das ist etwas, was ich von meiner Liste runterstreichen will. Gibt es so etwas bei dir? Auch dort wieder, wir nutzen gerne das Werkzeug des perfekten Unternehmertages, um einfach diese Zielsetzung sehr, sehr klar und transparent zu machen, damit man sich selber auch festhalten kann. Aber hast du so etwas für dich? Hast du diese klare Zielsetzung, wo du sagst, okay, und viele Unternehmer haben die in einer sehr weichen Art und Weise. Und je weicher das formuliert ist, desto schwieriger ist es natürlich, das auch zu erreichen. Desto schwieriger ist es auch für dich, durch verschiedene Maßnahmen und Aktionen, durch verschiedene Aktivitäten überhaupt auch erst dahin zu kommen. Je härter Definition, desto leichter die Zielerreichung. Aber jetzt kam etwas ganz, ganz Spannendes. Und zwar bin ich mit den Workshop-Teilnehmern in ein Werkzeug reingegangen und wir haben dieses große Ziel gemeinsam definiert. Wir haben es festgelegt, wir haben dort ein paar Strukturen festgehalten. Und jetzt kam etwas sehr, 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 sehr Spannendes. Und zwar haben wir dieses Ziel einmal auf den Prüfstand gestellt. Wir haben es sehr, sehr, sehr kritisch hinterfragt. Und geprüft, ist es jetzt das eigene Ziel? Mache ich das aus eigenen Stücken heraus oder mache ich es wieder für andere? Wie sehr bin ich bereit, Veränderung, Leid, Schmerz, Qual, aber auch den Weg der Freude mitzunehmen zu akzeptieren, um dieses Ziel zu erreichen? Es war super interessant, was an Feedbacks zurückkam, wie sich das entwickelt hat, weil ganz, ganz viele Menschen, die dort im Workshop waren, haben dann festgestellt, dass das eigentliche Ziel, das große, was sie hatten, was teilweise auch so ein bisschen der Leitstern war, an dem sie sich orientiert haben, gar nicht aus dem Selbst herauskommt. Sondern, dass das Ziel viel, viel tiefere Ebenen hat und eigentlich ein ganz anderes ist. Das heißt, das nach vorn gestellte Ziel war nicht das, was eigentlich erreicht werden sollte, sondern es war etwas Nachgelagertes. Und das einmal zu verstehen und zu prüfen, was ist eigentlich die Wurzel des Kernwunsches? Macht es nicht mehr Sinn, sich mit der Wurzel zu beschäftigen, statt immer nur mit den Blättern? Es ist super, super wichtig, wenn man sich ein großes Ziel setzt und sagt, ich will das unbedingt erreichen, das auch mal eigenständig zu reflektieren, kritisch zu hinterfragen, darauf einzugehen. Und ja, sich einfach auch das Warum dahinter zu notieren. Nicht einmal, nicht zweimal, nicht dreimal, am besten fünfmal sich die Frage zu stellen, hey, warum will ich das eigentlich? Und wenn man in diesen Ebenen und Etappen nach und nach da einmal durchgeht, dann merkt man ganz schnell, ob man ein Ziel wirklich erreichen möchte. Oder ob es nur ein Wunsch ist oder ob es nur eine Idee ist, ob es etwas ist, wo man sagt, naja, das wäre schön. Und du merkst schon an der Härte oder in dem Fall der Weiche der Formulierung, naja, es wäre schön, das zu erreichen. Ist das ausreichend, um dann wirklich den nächsten Schritt zu gehen? Oder sagst du, hey, ich habe eine klare Deadline, ich habe einen klaren Termin und ich habe einen klaren Zeitplan. Und bis dahin muss ich alles auf den Weg bringen. Ganz anderes Arbeiten. Wenn du das verstanden hast, wirst du mit deinen Zielen und deiner Zielstrebigkeit und deiner Selbstdisziplin viel weiter kommen. Und das jetzt im Kleinen runterzubrechen, ist auch extrem wichtig. Und eine Sache, die ich persönlich auch sehr, sehr spannend fand, und das war vor allem auch das Feedback, was nach dem Workshop kam, das Thema Vorbilder. Man braucht nicht ein Vorbild, man braucht nicht zwei Vorbilder, es gibt da keine Anzahl. Und generell, was ist ein Vorbild? Ja, ist das etwas, was einem vorgesetzt wird? Möchte man das selber? Keine Ahnung. Aber was doch interessant ist, mal zu überlegen, habe ich eigentlich mir Vorbilder gesucht, die auch authentisch sind in dem, was sie da erzählen? Ja, die das selber durchlebt haben, die das selber durchgespielt haben oder die dort einfach ein paar Schritte weiter sind, als ich auf meinem Weg. Und was braucht es, damit ich selbst zu einem Vorbild werde? Weil das finde ich persönlich immer wieder so etwas, was mich so ein bisschen wurmt. Die meisten Leute hängen sich unglaublich gerne in Seminare rein, buchen da wieder irgendwas, gehen zum Workshop, machen tausend Sachen und versuchen von anderen die Energie auf sich irgendwie zu adaptieren und das irgendwie so abzusaugen. Aber ich glaube, das funktioniert nur bis zu einem gewissen Grad. Das alles Entscheidende ist, sich doch die Frage zu stellen, was braucht es, um selbst in diese Vorbildrolle zu kommen? Was braucht es, um sich dahin zu entwickeln? Und wenn man das für sich umsetzt und sagt, hey, bin ich eigentlich vorbildlich? Bin ich jemand, an dem man sich gerne orientieren möchte? Und wenn es nicht in allen Bereichen ist, dann wenigstens in meinen. Und wenn man da schon ein gutes Gefühl hat, dann lohnt es sich, auch diesen Schritt weiterzugehen. Und dieser Punkt ist mir besonders wichtig, das will ich noch einmal verdeutlichen. Ein Mentor kann deinen Weg dramatisch beschleunigen, aber er kann ihn auch verlängern. Das heißt, du musst für dich natürlich auch mal wieder prüfen, ist die Person, die mir dort gegenüber sitzt, auch wirklich realitätsnah? Ist sie eng an den Themen dran? Dann spricht sie dir aus dem Herzen. Und wenn das gegeben ist und das Gesamtbild für dich stimmig ist, super, dann macht es absolut Sinn, dort mit jemandem auch die Zusammenarbeit aufzunehmen, sich die Inhalte reinzuziehen oder dort auch den nächsten Schritt zu gehen. Aber wenn du sagst, hey, das passt nicht zu mir, das ist nicht hundertprozentig mein DNA, dann lass einfach die Finger davon. Es wird dich nicht glücklicher machen, denn es geht ja nicht darum, dass du das komplette Leben dieser Person adaptieren musst. Es geht um Teilbereiche. Was aber wichtig ist, ist das Gesamtziel stimmig. Und wenn das nicht der Fall ist, dann wird es nicht funktionieren. Das heißt, hier wirklich einmal kritisch zu überprüfen, welchen Preis bezahlen die Leute teilweise auch. Und auch für dich selber die Frage zu stellen. Es gibt sicherlich auch Leute in deinem Umfeld, die auf dich heraufblicken und sagen, boah, toll, wie der das alles hinbekommt oder wie die das alles macht. Wahnsinn. Aber welchen Preis musst du zum Teil dafür zahlen? Und geh davon aus, je höher der nach außen wahrgenommene Erfolg ist, je weiter er auch zur Schau gestellt wird, desto höher ist in der Regel auch der Preis, der von dieser Person dafür gezahlt wird. Und deswegen ist es absolut kritisch, dass du dir Wegmarken setzt. Dass du sagst, hey, nicht nur das Ziel, das Ankommen ist das Entscheidende, sondern auch die einzelnen Teiletappen. Und große Ziele schaffst du nicht zu erreichen, wenn du immer nur dich an dem Ziel orientierst. Sondern du musst immer wieder auch Wegmarken nehmen und überprüfen, was sind die Dinge, die du als Zwischenziel erreichen kannst, damit du merkst, ha, okay, ich bin auf dem richtigen Weg. Das habe ich schon geschafft, das habe ich schon geschafft, das habe ich schon geschafft. Und diese kleinen Dinge zu feiern, sich daran zu erfreuen, ist auch enorm wichtig. Denn nur aufs große Ziel, lange, lange hinzuarbeiten, wird uns irgendwann müde werden lassen. Und deswegen mein absoluter Profitipp ist, such dir einfach Gleichgesinnte. Such dir Leute, die genauso bekloppt sind wie du und die sagen, ey, ich weiß, alle anderen gehen in die Richtung, komm, wir gehen jetzt in diese Richtung. Es wird immer ein paar Leute geben, die in diese Richtung gehen. Und ob es jetzt bei uns zum Beispiel im Unternehmerkader ist, wo wir auch alle ein bisschen anders ticken oder ob es irgendwie in anderen Bereichen ist, vollkommen egal. Wichtig ist für dich einfach mal festzustellen, hey, wo habe ich einen Kreis von Menschen, der ähnlich tickt wie ich? Und wenn ich den habe, dann lohnt es sich auch, mit denen mehr Zeit zu verbringen. Deswegen fassen wir drei wichtigsten Punkte noch einmal zusammen. Erstens, setze dir große Ziele. Zweitens, hinterfrage diese. Und drittens, geh den Weg nicht allein. Wenn du jetzt sagst, hey, alles klar, habe ich Bock drauf und jetzt will ich vor allem auch mal den nächsten Schritt gehen, meine Selbstdisziplin verbessern, dann lass uns gerne darüber sprechen. Wir haben da mittlerweile auch was zusammengebaut, was den Weg vereinfacht. Geh auf raikan.de slash austausch, frag nach, was das Ganze ist und dann können wir uns darüber unterhalten. Geh auf raikan.de slash austausch, frag nach, was das Ganze ist und dann können wir uns darüber nachdenken, was das Ganze ist und dann können wir uns darüber nachdenken. Geh auf raikan.de slash austausch, frag nach, was das Ganze ist und dann können wir uns darüber nachdenken, was das Ganze ist und dann können wir uns darüber nachdenken.